So, da sind wir auch jetzt schon bei der letzten Aufgabe für die Woche. Wahrscheinlich weiß ich, ob morgen nochmal neu gekommen ist, nämlich füge eine IO-Wache Schaden zu. Ändert sich eigentlich nichts, ist eigentlich dasselbe Video wie eben, da klingelt es gerade, aber ich habe jetzt keine Zeit. Also, wo müssen wir landen? Richtig, überall da, wo diese kleinen Satellitenschüsseln sind. Aber ich weiß halt, dass hier immer auf jeden Fall IO-Wachen sind und bei SteamyStacks, da turnen auch welche rum. So, wir werden jetzt einfach genauso wie eben Alpha da landen, wir müssen, die Waffe ist relativ egal, wir müssen nicht diese Tech-Waffen haben. Nämlich einfach nur eine ganz normale Waffe. Also Alpha dort landen, Schaden machen, gut, jetzt hoffen, dass wir jetzt, dass dann eben kein Gegner mitkommt, weil wir brauchen definitiv die Wache. Na klasse, wird eine Top-Aufgabe. Es landen direkt zwei, drei Leute gleichzeitig da. Aber wir müssen eigentlich nur Schaden da machen, das würde auch reichen, wenn ich direkt neben dir lande und einfach nur Pick-Eck-Schaden mache. Gut, er holt sich da oben die Artefakte ab, das sieht man schon. Warte, wo ist die Wache, wo ist die Wache, wo ist die Wache? Da, gehen wir durch den Seitenangang rein. So, sollte eigentlich passen für die Aufgabe. Zack. Und wie ihr seht, hat trotzdem gereicht, die Aufgabe fertig zu machen. Wie gesagt, geht einfach hin, wie ich das gemacht habe, geht hin. Pick-Eck-Schaden reicht, auch wenn da viel los ist. Denn die anderen werden hingehen und sich immer erst Waffen holen. Nur so ein kleiner Tipp von mir, wenn euch das Ganze gefallen hat, euch auf jeden Fall auch geholfen hat, gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, entweder sehen wir uns morgen bei den nächsten Aufgaben oder eben nächste Woche. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.